Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an Addict 1.02, Stax 1.02, Chapo 1.02 mit Fick den Club weg. Ich bin ultra gespannt drauf, hab mega mega Bock. Ihr seht in 20 Sekunden ist Premiere. Ja, Leute, das kann doch geil werden. 1.02 Boys am Start, 1.02 Hype ist real. Das Album ist jetzt draußen von Addict und Stax. Moin. Und wir werden uns jedes einzelne Lied anhören. Natürlich die Singles, die ich schon gemacht habe, zum Beispiel das Lied jetzt, werden wir nicht nochmal extra anhören dann. Aber ich werde jeden Tag versuchen, ein Lied vom Album anzuhören. Jetzt hören wir das Lied hier. Let's go. Single Premiere. Schon mal ehrenhaft zensiert, auf jeden Fall mit Chapos Bildern. Nice one. So. Boah, Digga, die Power von Stax ist wieder unnormal, ne? Die Power von Stax ist unnormal, wirklich. Was der für eine Power in der Stimme hat? Zu krass. Ah, da möchte ich schon wieder einen Kühlschrank aus dem Fenster schmeißen bei so einem Song. Mega guter Einstieg. Beziehungsweise Hook. Ist wahrscheinlich eher die Hook. Fängt richtig nice an hier. Digga, ich muss langsam gehen. Ja, sonst komm ich noch zu spät. Ich fick den Club weg und die Leute rufen. Ich fick ne Note und die Leute rufen. Ich mach noch ne Stunde, deine wollen mich sehen. Und die Leute rufen. Boah, der Beat knallt aber mal brutal heftig. Der Beat geht richtig ab. Video sieht auch geil aus. Sehr, sehr brutale Hook bis jetzt von Stax. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Der Druck in der Stimme. Heftig. Jetzt kommt der Addict. Let's go. Digga, es gibt für mich niemanden wirklich, wenn jemand asozial rappen kann, ja, dieses asoziale Feeling rüberbringen kann. Dann ja wohl Addict, oder? Wer sonst, ey? Cooler Part. Er hat halt einfach asozial Allstars Feeling des Todes am Start bei ihm. Richtig nice. Jetzt hören wir mal, wie Stax uns anschreit. Das klappt immer so. Ich fick den Club weg und die Leute rufen. Ich fick ne Note und die Leute rufen. Ich komm in der Stunde, deine Freundin ruf. Digga, ich muss langsam gehen. Ja, sonst komm ich noch zu spät. Das wird safe, absolute Abriss live. Also kompletter Abriss. Das ist ein Song, der wird live komplett abreißen. Ich fick den Club weg und die Leute rufen. Ich fick ne Note und die Leute rufen. Ich mach noch ne Stunde, deine Freundin will mich sein. Meine Freunde wollen mich sehen und die Leute rufen. Fanta, Fanta, immer draußen bin. Ja, Mann, Chapeau. Der Atze, Junge. Ja, endlich mal wieder ein Chapeau-Partier. Freu ich mich mega drauf jetzt. Ich schwör's zu Chapeau. Wenn ich ihn sehe, ich muss so, ich muss einfach nur wirklich. Ich freu mich einfach. Ich freu mich einfach so sehr. Ich seh'n und die Leute rufen, ey. Fanta, Fanta, immer draußen. Fanta, dann verbau'n. Immer auf und da, immer draußen, Mann. An die Korne fahren. Trinke Paderbornermann. Die Nase bringt auf Vordermann. Paderbornermann. Nase auf Vordermann. Ne, Junge. Er rappt so geil einfach. Paderborner natürlich absolutes Ehrenbier. Könnte höchstens getoppt werden, noch von Oettinger. Ja, ich freu mich einfach, einen Part von ihm gerade zu hören. Mann, ich feier das so heftig. Generell die 1-2-Jungs, ungelogen. Ich feier das einfach so mega ab. Ist wirklich krass. Die Betonung auch sehr nice hier auf jeden Fall. Gefällt mir echt gut. Also generell der ganze Track bis jetzt. Der Beat geht mega, mega nach vorne. Die Parts gehen alle nach vorne. Die Hook geht mega krass nach vorne. Das ist einfach ein kompletter Track zum Abgehen. Wie schon im Titel, für den Club absolut geeignet. Beziehungsweise für die Stage. Für den Live-Konzert. Mega, der geile Track dafür. Wie? Seit wann das denn? Nice apart, geil. Feier ich. Mit Dollarbest im Cannabis. Ich fick den Clubwalk und die Leute rufen. Ich fick ne Nutze und die Leute rufen. Ich fick ne Nutze und die Leute rufen. Ich brauch noch ne Stunde. Deine Freundin will nicht sein. Meine Freunde wollen mich sehen. Und die Leute rufen. Meine Freunde rufen. So, Nackenschmerzen sind da. Ballert, ballert richtig krass. Ballert richtig krass. Ich freue mich das Album zu hören. Ich werde versuchen, wie gesagt, jeden Tag jetzt einen Track vom Album hier zu bringen. Falls das nicht gesperrt wird oder so, dann wird es halt leider nichts. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das alles funktioniert. Habt mega Bock auf das Album. Und ihr lasst jetzt bitte Support da. Gönnt euch das Album und so weiter. Link zum Original natürlich wie immer ganz oben in der Beschreibung. Album auf Spotify gönnen. Sonst was bestellen. Ihr wisst Leute, Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Künstler unterstützen immer ganz wichtig. Lasst auch hier gerne ein Abo da. Falls es euch gefallen haben sollte. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Hau da rein. Bleibt vor allem gesund. Und ciao.